Es ist zu ... Schlimm! Oh, komm mal! Ich habe all das weggekommen, warum nicht mich nicht zu woher mit dem Garten ist? Sorry, ich kann nicht dich abgeben. Aber andere Tangers würden nicht nur bleiben, wenn ich dich einfach so einfach abgeben würde. Jees, du Tangers sind so schwer. Belangung zu einem Grupp also nicht, dass du dich nicht am Weg hast. Nein, ich werde dir schnell auf dich gehen, also lass uns das wirklich machen. Oh, danke. Das heißt, die macht es einfach für uns und lässt uns quasi gewinnen. Und Aya hat vier Leben. Komm schon. Danke. Jetzt schießt die Kreise auf uns. Und hier sehe ich keine Lösung. Naja, vielleicht ja doch. Wenn ich die jetzt doch noch schapfe. Wir sind keinmal gestorben. Geil. Dann esse ich meinen Hut. Wir schaffen das. Aber locker. Das können wir eigentlich jetzt nur versuchen zu überleben. Dass die Spellcard vorbei ist. Nein. Ficken, ey. Machen wir das und holen jetzt einfach so drauf. Wir haben es geschafft. Ja, so weit war ich noch nie. Und jetzt bin ich gespannt. Was uns erwartet. Ich hab ab hier Null Plan. Und das merkt man sofort. Also, Kopf unten halten. Moira-Shrine. Die sind arsch-stark. Wir müssen einfach stärker sein. hoffen, dass wir stärker sein können. Und einfach alles ausrechnen, was uns in die Quere kommt. Minibus. Und... Minibus. Was? Ach du fucking... echt mal die hat doch den Arsch auf wie kommt man da durch, wie kommt man da durch die ist doch mal Herbst drauf so wir bleiben einfach hier unten und sammeln das ein was wir so bekommen als andere ist mal egal wie krank ist die Steak, nähern wir uns dem Ende oder was also das Spiel ist nix für schwache Nerven das kann ich versichern, versprechen, was ihr wollt draufhauen, 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 draufhauen Boss ich seh da kein, ich seh da kein weg durchzukommen hier könnte ich nur schätzen dass das hier einfach nur ein Massaker ist das ist ein Massaker Boss die haut uns so einfach über die Wupper externt ein Leben für uns die check ich mal komplett aus die 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 If a shrine maiden like you is coming up from a mountain, maybe you want to join up with us right away. Well, this sure looks like a shrine. I guess there is another shrine besides ours. This is the Moira Shrine. A long forgotten shrine of the past. It was moved into Genzokyo together with the lake you see here. He moved the shrine into the whole lake that's pretty flashy. My god, and I will be taking over this mountain now. And if we can take over your shrine, all of Consuming Fate will be ours. If you do that, you will never hear the end of it from Gonsukyo's native god. But this is also for Gonsukyo girls. Gonsukyo will become weak if it continues in its current state of lesson purity. We will all lose the power of the curse miracles. Please be serious. I will be able to restore Gonsukyo's Pietism with my powers. I'm Sanoe, the wooden priests. Descent of a long forgotten line of gods from the outside world. Sometimes gods reverberate when humans are reverberate. Sometimes shrine maidens can become gods. Since you are a shrine maiden, are you prepared for such things to happen? I don't care if I become a god or not. But if you say you want a fight, you would better be ready for one. I see one. Maybe you should watch the considerable power of the living god. With the wind, the power to curse. Alright, come on. The power to curse. 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 I don't want to curse. But now I have an enemy power. Tierleben! Komm schon. Danke. Nein! Jetzt geht's um die Bratwurst. Was? Was? Sorry, ich bin gerade zugeschockt. Wir haben auch schon viel aufgenommen. Die Zeit vergeht wie ein Flug während eines Let's Plays. Falls ich dir vorhabe, weiterzumachen, könnten wir ja... Dann müsste ich das... Mal sehen, wie wir es weitermachen. Das war's erstmal von mir. Tschüss!